Hallo Leute bei einem neuen Video bei SolarSolord Ich habe ja gesehen, dass euch das Minecraft Let's Play sehr gut gefallen hat Deswegen gleich dann wieder eine neue Folge Nur gleich kann man ja nicht sagen Es ist gerade 17 Uhr und ich werde es um 21 Uhr hochladen Und es wird vielleicht um 0 Uhr da sein Also gleich ist da nichts zu sprechen, aber Wir wollen ja nicht, dass wir über Vorderzeit mehr gucken Aber heute spielen wir wieder Minecraft Und heute möchte ich keine Ahnung was machen Vielleicht ein bisschen hier was aufbauen Ein bisschen mehr Deko Vielleicht ein paar Büsche Ein paar Gehwege Ja, das könnten wir doch einfach mal hier dekorieren Und erstmal hier den wunderschönen Spargel aus dem Wasser holen Ich weiß es gerade mit meinem Bildschirm los Irgendwie flackert da so komisch Vielleicht kriegt das auch noch kaputt Kann ich mir jetzt nicht leisten Oh Gott, Hilfe Okay Es wurde anscheinend jetzt einfach mal hier Der Pool wurde ein bisschen vergrößert Ja, das steuert dir ja weniger Ja, hoffentlich Gib deine Wolle her Hast sie nicht verdient Ist ja klar So Wunderbar, wunderbar, wunderbar Hoppala So Alles klar Kralala Okay Unser erstes Haus Sollte irgendwann später kommen Ja Weil Wir brauchen ja noch die Ressourcen dafür Ja Und Ich brauche erstmal eine Idee Was ich da überhaupt für ein Haus baue Könnte ich mir ja alles Alleine Also Offline Überlegen Wo ich nicht aufnehme Privat kann ich es mir überlegen So Aber erstmal Kehren wir mal ein paar Schafe Na gut Wir kehren sie nicht Aber Wir kehren ihre Wolle Ist ja fast das gleiche Ist ja nur das halbe Paket Ja So viel wie die geben Ist das wirklich nur das halbe Paket Kommt doch mal her Oh 15 Stück Und ich hab schon wieder Kohledamm Gleich wir uns 18 Aber ja 17 Bleibt stehen Jetzt wird noch nicht gefuttert Jetzt ist gleich Frühstück Nur das gleiche Abendbrot hier Ja Hier liegt schon mal verrottetes Fleisch Ist doch gut Na haben wir was zu knabbern So Ich weiß jetzt nicht Ob ich diesen ganzen Berg hier einfach weg machen möchte Ich weiß jetzt nicht Okay Dafür dass das hier ein Let's Play ist Passiert ja aber sehr wenig Na gut Eigentlich baue ich ja auch Immer was nach von anderen YouTuber Die Tutorials dafür machen Aber hier möchte ich ja alles Von mir selber bauen Beehren Ist ja wirklich so Dass man auch die Beehren klicken muss Ist ja krass Gerade ist an mich nur Jawolle Das ist jetzt nicht so das Spannendste Haben wir noch eine Schaufel Natürlich haben wir noch eine Schaufel Dann würde ich mal sagen Wir bauen ein paar Gehwege hier Um die Atmosphäre ein bisschen zu verdürflichen Ist das Deutsch Vielleicht ist es ja neotisch Ich habe die Sprache ein bisschen vergessen Na gut Man kann sie nicht vergessen Wenn sie nicht mal so wirklich existiert Sie hat existiert Die Sprache So dann haben wir hier so einen kleinen Platz Ist aber so toll Dass hier einfach mal ein bisschen Stein rumliegt So dann bauen wir erst mal so einen Einmal ein Gehweg hier So eine kleine Schlonge hier lang So dann können wir noch da hinten noch so einen kleinen Schlonge dahin packen Ah der Ofen da wollen wir keine Schlonge reinpacken Können ein bisschen wehtun So und dann vielleicht noch bei unserer schönen Plantage hier Wir bräuchten eigentlich noch einen Ort wo wir richtig Plantage machen Können wir eigentlich auch mal machen Dass wir dann hier einfach so rein machen Voll diese Bären Aber wo Aber wo 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 Ist die Frage Muss ja noch da sein Wo Noch gelaudet wird Hm Vielleicht den Weit hier abholzen Und dann da das entpacken Ist alles so uneben Überall so kleine Flächen Hier ist eigentlich schon der perfekte Ort Das wir dann hier das schöne Zelt aufbauen Sieht so Wie kriegen wir unsere Karte aus Ja wir sind ja irgendwo da hinten Keine Ahnung Dass wir dann hier unsere Plantage aufbauen Hier so ein Gehweg Da oben dann irgendwie unser Haus bauen Hier dann keine Ahnung Unsere ganzen Häuser die unwichtig sind Können wir ja so machen Dann würde ich schon mal sagen was Dass wir hier alles Wir aufbauen hier So die Erde wird dann hier Rekonstruiert So Und wo könnten wir uns denn Unsere ganze Erde Nehmen Wir haben ja hier so genug Möchte ja diese Ebene Da fertig machen Dann kann man hier Weil hier stört es ja auch noch Mal sehen wie lange wir darüber Leben wollen Einfach nur mit Süßbeeren Zu essen Also vielleicht macht es Für den einen Augenblick satt Aber Wenn man jetzt die ganze Zeit nur isst Dann kann einem schon übel werden Und einem wird trotzdem nicht satt Hat dann eigentlich nur Nachteile Genauso die ganze Zeit hier zu fressen Halt doch mal auf Du frisst jede Sekunde was Jede 15 Sekunden Ich glaube nicht dass es so gesund ist Seinen ganzen Tag einfach 20.000 Gurken zu fördern Wie komme ich jetzt gerade auf Gurken Keine Ahnung So Warum hat der gerade nur so eine Linie gebaut I don't know Aber ist mir doch eigentlich Tut mir leid Scheißegal Scheißegal hört sich einfach viel besser an Das ist mir egal Ist mir egal Ist so genervt Und das ist mir scheißegal Als hätte ich einfach darauf Jetzt wäre man eigentlich schon Ist genauso egal wie scheiße Macht man weg und fertig ist Ich forder Bären Ich muss dann immer 10 Bären essen Ist ja toll Ist doch keine wertvolle Zeit Keine Ahnung warum ich das anbauen will Beantwortet ihr das mir Hä Mein Lagerfeuer ist aus Hat es geregnet Ich kenne mir jetzt unser Lagerfeuer wieder an Wir brauchen Feuerzeug Das ist ja das klare hier Ich freue mich eigentlich schon Wenn es hier Auch die schönen Wie heißen ich nochmal Netherite Waffen gibt Gerade wundere ich mich aber wo hier Wo ist das Feuerzeug Das wundert mich hier gerade ein bisschen Äh so Feuer Ja da ist es ja schon Ja da brauchen wir ein Eisen Und ein Flint Hier ein Flint herzubekommen Das ist ja gar nicht mal so schwer Äh Ja Schon klar Ist ja gar nicht so schwer Na gut wir haben ja hier Oh Gott Wie ich schnell nicht gerade runtergegangen bin Oh das ist ja toll Hier ist einfach Eisen Eisen brauchen wir Dann bauen wir uns ja mal so Hier können wir uns ja Ein Steg aufbauen Hier können wir uns ja tun Können wir ja machen Lasst euch da unten nicht stören Lasst euch da nicht stören Mist Ich sagte Lasst euch nicht stören von mir Und ihr lasst euch gerade stören von mir Könnt ihr nicht zuhören Da muss man nicht gleich mit Gewalt Zu kommen Gewalt hilft nicht Merkt euch das Kinder Gewalt ist keine Lösung Außer ihr wollt in den Knast Holt euch Hilfe Das ist das bessere So Ich möchte runter tauchen Ich komme an Jan Ist wieder hoch 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 Bleib oben Bleib oben So Und baue das auch ab So Hat da schon wieder was unten gekippt Irgendwo draußen Schön Schön So Dann haben wir mal wieder Sieben Eisen Dann bräuchten wir noch Flint Und Flint bekommen wir von Gies natürlich Aber ich finde hier gerade keinen Kies Was mich gerade ein bisschen verärgert Hier rutsch brauchen wir nur einen Kies Alter was ist das Och komm Junge Ich habe mal einmal Kies gefunden Und schon greifen sie mich an Gehen sie weg mit ihrer Muschel Hey Delphine Hilft mir doch mal Was ist das Ah ne Nautilus Muschel Können uns helfen Wenn wir einen Aquinator Oder so machen Akquisator Auch wenn ich das noch nie in meinem Leben gebaut habe Und das rechne ich auf der PS4 So Darf ich jetzt meine Forschung Weiter treiben Wenn ich wieder gefunden habe Äh Jetzt habe ich es verloren Vielen Dank auch So wo ist das Kies denn Achso das war kein Kies mal Och komm Aber ich wünschte nicht schlafen Bevor ich hier meinen Kies habe Ah jetzt regnet es auch wieder Ist eine tolle Sache Ah die Musik ist so schön friedlich Aber hier ist immer noch kein Kies Alles nur an der Sät Diorät Aber kein Granit Ah doch da ist Granit Ah ich sehe immer noch nix Ah wir entfernen uns ein bisschen Aber manchmal muss das sein Manchmal muss man vom Ort weg Um das zu finden Was man braucht Da haben wir es ja Äh ja Erstmal in den Abgrund stürzen Gut Da haben wir unser Kies So Können wir uns eigentlich noch mal die Höhe angucken hier Aber von mir aus könnten wir uns noch mal die Höhe angucken Und gleich kommt hier noch so ein Creeper angelaufen Ich sag's euch So Ein paar Fackeln hier noch dabei nehmen So Lass uns hier schön ausleuchten Weil dann haben wir schon mal wieder hier ein bisschen Eisen Na gut ein bisschen ist gut Das ist ja nur ein Eisen Ah der Ort ist mir ein bisschen ungeheuer Aber Wenn wir Diamanten haben wollen Müssen wir uns auch ein bisschen was trauen Ein Creeper Hoppala Möchte nicht explodieren So So ist brav Boah Schöne Höhen würde ich mal sagen Habt ein schönes Zuhause hier So Na ich geh erstmal hier durch Weil da schon mal die Monster waren Ist auch sehr schlau Einfach bei den Monstern einfach mal abzuhängen Achtung Bin ich denn hier gelandet Dann auf der Höhe Wo Gold ist Hallo Julia Gold wird aber noch sehr gut sein Kann ich euch sagen Also wenn Netherite kommt Dann haben wir schon mal ein bisschen Gold Aber Nether soll ja auch bald Gold kommen Deswegen wird das dann auch kein Problem mehr so wirklich Dastehen Oh hi Kumpel Oder Kumpel Lise Gibt ja keine weiblichen Zombies in Minecraft Aber sag mal du bist ein Mann Du hast ja einen kleinen Bart Glaube ich Ist das ein Bart? Ich weiß es nicht Es tut mir leid wenn es kein Bart ist Aber siehst wunderschön aus Weiter in die Tiefe ist immer besser wenn man Diamanten haben will Nur mal so als Hinweis Au Das hat schon ein bisschen gesessen Lass mich doch erstmal ein Licht machen Ich traue mich jetzt nicht aus dem Wasser raus zu kommen Ich weiß jetzt nicht ob der Anime mich jetzt getriggert hat Hey Andy Hey Roman I'm not sure Ich hab ja kein Kürbis Ist ja auch das Problem Ist ja auch das Problem Äh Da oben bin ich jetzt nicht gerade viel sicherer Der kann sich ja teleportieren Was mache ich hier? Oh Gott Was ist mit ihm los? Geht ihn gut? Oh schon wieder die dumme Frage geht es ihm gut? Der ist gerade in Lava gefallen Natürlich geht es ihm nicht gut Ich glaube es sieht aber nicht gerade so schön gemütlich aus Und wir haben jetzt irgendein Monster hier rein So So Und so Wunderbar Ich möchte Diamanten noch finden Egal ob ich ein Zweiteiler dadurch machen muss Aber hier finde ich gerade keine Diamanten Weil erst auf Höhe 12 findet man so wirklich Diamanten Da ist die beste Höhe Merkt euch das 12 Von der Mitte Von den Koordinaten Ist die beste Höhe So Für Diamanten Das sieht eher wie Emirates aus Aber es sind Diamanten Leute Einfach mal der vierte Parten schon Einfach Diamanten Wer kennt es nicht? So Erleuchtet So viele sogar gleich Trophäe Ja ich kann mir gleich eine Trophäe bauen Wir haben vier Diamants Dann können wir uns eine Diamantspiezeige machen Um überhaupt die Diamanten zu kriegen Um dann in den Nether zu kommen Oh das wird ja toll Das wird ja toll Das wird ja toll Ah Finden wir hier nochmal Diamanten oder so Jetzt werde ich süchtig nach Diamanten Kennt man ja einmal was gefunden Gleich mehr 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 Das sieht aber nicht das Geheue aus Stürzen wir wieder ein Da wurde uns ein bisschen wieder mehr Weg geschert Äh ist aber nix da Da ist ein Smaragd Schon klar da ist nix Das macht es ja noch seltener als Diamanten Alter ich will jetzt bloß nicht in die Lava fallen Das wäre jetzt das schlechteste was ich als Minecraft Profi Machen könnte Aber es ist die Taster aber nicht mehr drücken Deaktivieren Äh ich konnte noch nicht ganz ran Äh es ist ein bisschen Umständlich So da komm ich aber ran Ganz geschillt So ganz langsam Sich an den Schön Smaragd hier vergreifen Da oben sind noch mehr Smaragde Alter das ist ja hier Unglaublich Kann man das so sagen Ist ja unglaublich Ja Strippen meinen Ist das wirklich so eine gute Idee gerade Ich glaube eher weniger Aber ich mache es ja gerade trotzdem Also in Diorit Da finden wir nix Glaube ich zumindest Zu wissen Ich bin ja auch höher zwölf Und dann soll man sich ja immer so kleine Zwischengänge einbauen hier Haben wir nix Immer jeden dritten Block glaube ich Oder? Ja jeden dritten Gut Oder jeden zweiten Wie war es denn nochmal? Ich glaube jeden dritten War es glaube ich So jetzt noch haben wir ja noch genug Ich glaube ich mache es auch zum Zweiteiler Minecraft macht einfach so viel Spaß Nur ich werde es nicht gleich alles auf einmal hochladen Also die Angefall Kommt ein paar Stunden später So jung ist das schön Oh sich anzugucken So dann wollen wir das mal hier Ja wundervoll Den Gang versperren So Bären haben wir auch noch genug Um uns zu füttern Ja kann schön Zurück mal ein Tag werden So dann haben wir unser erstes Eisen Das wir hier jetzt haben So und wir haben das zweite Eisen Wir brauchen noch aber ein Eisen Eigentlich wollten wir nur Mal einmal Flint suchen Um uns ein Feuerzeug zu bauen Und jetzt haben wir einfach schon vier Diamanten Schon klar Tja so ist das manchmal Manchmal macht man ein bisschen mehr Als man eigentlich braucht So Dann muss ich hier Vielleicht sollte ich mir auch noch eine Schaufel bauen So Da ist nix Was ist da Du ist auch nix Na gut Da ist halt nix Alter Ich hasse Erde Wenn man einfach nur eine Spitzhacke dabei hat Wer es auch hasst Gib ein Like So Da ist auch nix Äh das wollte ich eigentlich vorher haben Das ist vorhin Das habe ich auch gefunden Aber jetzt brauche ich das jetzt nicht mehr Am besten jetzt kommt noch Lava runter Von Teufel spricht ich höher Lava Sehr, sehr, sehr beruhigend hier Ich wollte befriedigend sagen Ey, ich glaube das passt jetzt nicht gerade Ich möchte noch ein paar mehr Diamanten haben Oh 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 Schill, schill Du brauchst nicht gleich so heiß zu werden Ich bin auch schon eine heiße Aber willst du noch mal Eisen Ich kann ihm nicht vertrauen, dass da kein Lava kommt auf einmal Aber kommt nicht Und jetzt Pfff Ne, dann müssen wir uns mal einen kleinen Zwischenpoint hier einbauen Und uns mal eine kleine Kiste anfertigen So Da können wir unser ganzes Stuff, das wir einfach nicht gerade benötigen Hier reintun Und unsere wertvollen Sachen auch Ja, wertvoll, ist schon klar Ah, das brauchen wir noch Ich möchte jetzt nicht immer wieder zurückkommen Und das brauche ich auch noch Natürlich immer schön joggen, dass wir einfach Hunger bekommen Ist ja klar Ah Fühlt sich jetzt nicht so an, als ob ich das richtig mache hier So 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 viel zu erzählen gibt es jetzt auch nicht Wenn man einfach auf Diamantsuche ist Ich höre wieder ein Enderman Wahrscheinlich in Lava Oder Nein Der ist in Wasser wieder reingepatscht Ah ja Dumme Endermaner Man kennt sie ja Es gibt nur einen cool Enderman Und das ist Roman Er wird so hey die Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wo wir schon mal waren Ja, ist ja klar Ah, hier sind wir wieder Und dann können wir uns einfach mal hier müssen umsehen So Mal sehen, was es gibt denn hier Hm Sehr interessant Verdammte Scheiße. Was ist mit dem los? Ach du Heilige! Äh ja. Na gut, den ignorieren wir jetzt einfach mal. Hoffen wir jetzt nicht, dass er jetzt einfach mal eine Rückenattacke macht. Ah, das wäre jetzt ein bisschen uncool. Auf diese Höhe kann man schon wieder keine Diamanten finden. Wow. Was ist das für ein Ort? Alter, ich komme hier gar nicht vorwärts. Alter, geh doch mal bitte weg. Ich sagte, geh weg. Und da kommen schon wieder die nächste Fütze. Und am besten ist es noch nirgends wohin. Ich komme einfach nicht durch. Ich bin jetzt völlig verarschen. Oh Gott, das hört sich ja wie auf Klo an. Das muss ich auch richtig drücken. Und Widerstand zeigen.